Wir in BB wird Ihnen präsentiert von Sehne. Wir bilden Jahr für Jahr Bäcker, Konditoren und Bäckerei-Fachverkäufe aus. Wir freuen uns auf Dich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wir in BB. Und ich sage Ihnen jetzt schon eins, diese Sendung wird ganz schön abgehoben. Wir sind hier in Herrenberg vor dem Schickhardt-Gymnasium. Und wenn man hier aufs Dach schaut, da ist eine Antenne. Und die haben sie aufgebaut, nicht um irgendwelche Aliens anzufunken. Nein, es geht nur 350 Kilometer nach oben. Wir treffen heute Alexander Gerstner, zumindest mal seine Stimme. Und da ist richtig mächtig was los hier. Auch große Übertragungswagen der Öffentlich-Rechtlichen. Ja, bevor wir soweit sind, machen wir einen kleinen Schritt für Wir in BB. Andere aus Herrenberg, Kuppingen, die müssen viel, viel mehr laufen. Von Kuppingen bis zum Herrenberger Marktplatz. Okay, ehrlich gesagt noch keine wahnsinnig lange Strecke, etwa drei Kilometer. Aber es ist ja auch nur der Auftakt. 54 Läufer sind von hier aus in Staffeln bis nach Berlin gelaufen. In sieben Teams haben sie insgesamt 786 Kilometer hinter sich gebracht und damit für mehr Demokratie demonstriert. Inzwischen sind die Läufer wieder zurück und schmieden schon Pläne fürs nächste Jahr. Dann soll es nach Paris gehen. In Leonberg dagegen herrscht dicke Luft. Die Verwaltung hat deswegen mit Experten einen Masterplan ausgearbeitet zur Luftreinhaltung. Der wurde jetzt der Bürgerschaft vorgestellt. An mehreren Themenentischen konnten sich die Bürger dann selbst mit Ideen einbringen, Fragen stellen und diskutieren. Mit dem Masterplan als Grundlage kann die Gemeinde nun Antrag auf Fördermittel beim Bund stellen. Und für Schüler, die sich in den Sommerferien über künftige Berufe informieren und mal Probearbeiten wollen, läuft langsam die Zeit ab. Noch bis zum 13. Juli können sie sich für einen Platz bei den Schulferien-Firmentagen bewerben. Wie die Bewerbung genau funktioniert, steht auf www.firmentage.de. Ich kann die Uhr jetzt schon sehen. In knapp 35 Minuten ist es soweit. Dann kann der Funkkontakt hergestellt werden, hier zwischen dem Schickhardt-Gymnasium in Herrenberg und der ISS zu Alexander Gerst. Diese Zeit, die überbrücken wir mit Sindelfingen. Da ist nämlich eine ganz wichtige Entscheidung gefallen. Alte AOK oder Domo Novo? Neubau oder Sanierung? Eigentümer oder Flächenmieten? Der Streit darum, wo und wie ein neues Kultur- und Bürgerzentrum in Sindelfingen entstehen soll, schwelt seit Jahren. Jetzt hat der Gemeinderat endgültig eine Entscheidung getroffen. Eine große Mehrheit hat sich für den Neubau auf dem Gelände der alten AOK ausgesprochen. Der Projektleiter ist erleichtert. Endlich steht eine Entscheidung und ich denke, wir haben uns für die zukunftsrechtliche und für die sinnvolle Lösung entschieden, den Neubau an der Stelle der alten AOK weiter zu verfolgen, weil dort einfach die langfristigen Chancen für die Umsetzung von diesem Projekt die besseren sind. Die Gegner haben bis zuletzt gekämpft, in der abschließenden Debatte noch einmal ihre Kritikpunkte verteidigt. Vor allem in den Augen der Grünen wird es schwierig, den Standort alter AOK als neues Zentrum zu etablieren. Das wird sehr schwierig, das Quartier um die alte AOK, das ja hinter dem Sterncenter liegt, das bisher überhaupt nicht belebt ist, so zu beleben, dass tatsächlich mehrere Akteure sich dort gerne aufhalten. Aber eben auf der anderen Seite wir ja trotzdem die Innenstadt beleben wollen, wir weiterhin das Problem Domo im Auge behalten müssen. Denn der alte Betonklotz mitten in der Stadt bleibt ja und trägt leerstehend und halbverfallen nicht gerade zur Aufenthaltsqualität bei. Für die Grünen hat das Gebäude aber weiterhin Potenzial. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch neue Ideen, andere Ideen, die ins Domo können. Deshalb unterstützen wir das, dass man versucht, es möglichst günstig in städtische Entwicklungshand zu nehmen. In Sachen Kulturzentrum geht es jetzt in die Planungsarbeit und daran sollen sich ausdrücklich die Bürger beteiligen. Weil es uns eben ganz wichtig ist, dieses Konzept dann mit den Bürgerinnen und Bürgern und vor allen Dingen mit den nutzenden Vereinen selbst zu entwickeln. Und wenn sich daran auch die bisherigen Kritiker beteiligen, dann kriegt das Ganze, glaube ich, einen sehr interessanten Aspekt. Die haben schon angekündigt, sich auf jeden Fall mit Ideen und Vorschlägen einbringen zu wollen. Auf die Millisekunde hat es geklappt. Knapp über elf Minuten von Kontakt mit der ISS und Alexander Gerst. Und hinter mir das Riesenchaos natürlich ein positives Chaos, weil alle Menschen freuen sich natürlich, dass diese lange Vorbereitungszeit heute ein glückliches Ende gefunden hat. Zwei davon zurecht mir, die von Anfang an dabei waren. Und die erzählen uns bestimmt, was für ein Stress es war, so einen Tag heute auf die Beine zu stellen. Das Ganze nach der Werbung. Stellt das Wasser bis zum Hals. Wir brauchen auf jeden Fall Hilfe. Go, 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 go. So, zurück hier nicht auf der ISS, sondern vor der großen Schaltzentrale, weil ohne diese Wahnsinnstechnik wäre es natürlich nicht möglich gewesen, einen Fundkontakt aufzubauen hoch zur ISS. Ich habe mir auch zwei jetzt dazugeholt, die mir viel mehr erzählen können, was für ein Wahnsinnsaufwand dahin steckt, nämlich den Fabian und den Maurice und damit Sie auch mal sehen können, wie so eine Fragerunde von Herrenberg zur ISS aussieht, das zeigen wir Ihnen mal jetzt. Finden Sie die Idee, Mond und Mars in naher Zukunft zu Besidien realistisch? Over. Ich denke, dass es realistisch ist, dass wir da hinfliegen, dass wir den Mond und den Mars erforschen und dass wir da auch länger, länger uns dort aufhalten, zum Beispiel in der Mondstation, in der Marsstation. Da arbeiten ESA und NASA ja dran, dass wir zumindest in der Mondumlaufbahn schon mal eine Station bauen. Und dann können wir entscheiden, ob wir irgendwann später dann auch mal da leben wollen. Maurice, du warst ja auch einer unter den Fragen, denn das war ja ein unglaublich begrenztes Zeitfenster, wo die ISS über uns geflogen ist. Wie war denn das für dich jetzt, mit Alexander Gerst zu sprechen? Also das war am Anfang halt, die Frage zu stellen war eigentlich ziemlich routiniert. Wir haben das ja ziemlich oft geübt und ich glaube, bei den anderen Fragen stellen wir es auch so. Sie hatten ihre Frage parat, wussten sie, was sie machen mussten, wussten auch, wie sie reagieren soll, zum Beispiel beim Frequenzwechsel oder beim Loss of Signal. Ja, und man hat ja davor halt so ein bisschen das Gefühl gehabt, wann endet die Frage, wann endet seine Antwort, weil er sagt ja kein Over, wir sagen ja Over. Und dann als die Antwort an die letzte Frage von Leverkusen zu Ende war, habe ich schon eine Sekunde gewartet, habe dann gedrückt und habe meine Frage gesprochen, bin weggegangen und habe die Antwort, die mir dann angehört. Erst danach kam eigentlich die Emotion noch nach dem Funkkontakt. Entschuldigung, du warst danach etwas sprachlos? Ja, danach war ich schon ein bisschen sprachlos, weil du hast gesehen, dein Projekt, wo du mitgearbeitet hast, das hat super funktioniert und das hat auch eine riesengroße Last von uns allen gefallen. Und jetzt gehen wir ganz kurz rüber zu deinem Lehrer, Fabian Amann. Sag mal Fabian, wie kamst du eigentlich auf die Idee, überhaupt so ein ganzes Event zu machen? Weil man kann ja nicht jeden Tag zur ISS funken, das war nur heute und just in diesem Augenblick möglich. Wie kam die Idee und wann? Die Idee kam 2003. Da habe ich gerade Abi gemacht gehabt und zufällig mitbekommen, dass auf der ISS ein Amateurfunkgerät ist. Und da ich dann selber Funkamateur damals schon war, ein Handfunkgerät hatte, habe ich gedacht, naja, probier es das halt. Wohl wissen, dass es wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Aber ich habe dann die ISS gerufen, als ich wusste, dass es über den Horizont war. Und beim dritten Anruf kam auch eine Antwort, Delta Charlie One, Zero Alpha Foxtrot, I hear loud and clear, welcome on board the International Space Station. Unglaublich. Also wirklich mit dem normalen Handfunkgerät hochgefunkt? Wirklich mit dem normalen Handfunkgerät hochgefunkt. Natürlich viel rauschiger als heute, aber es hat grundsätzlich funktioniert und es hat mir so eine Gänsehaut gegeben, dass ich gesagt habe, okay, also falls ich mal je Lehrer werden sollte, falls es sein sollte, dann mache ich eine AG. Und 15 Jahre später bin ich wohl Lehrer geworden und habe ein AG in den gerufen. Und wie ist es jetzt bei dir, Maurice? Jetzt bist du hier Schüler am Schickhardt-Gymnasium. Was fasziniert dich an dem Thema Raumfahrt oder bist du einfach in Physik so in Képsele? Ja, in Physik bin ich auch in Képsele manchmal. Ne, also eigentlich hat es bei mir bei der Luftfahrt begonnen. Also mein Vater hat mich, als ich noch klein war, da war ich noch im Kinderwagen, sind wir mal zum Stuttgarter Flughafen gefahren, habe mir die Flugzeuge dort gezeigt, da habe ich mich halt auch für Luftfahrt interessiert, dann auch mal eine Kurzzeit für Schiffe, aber dann wieder für Luftfahrt, dann Raumfahrt und das ist jetzt auch soweit gekommen. Ich mache sozusagen Segelflugscheinen auf dem Wächtersberg. Und dann habe ich die AG gesehen, Herr Arme hat gerade das Schild hingehängt, ASS AG, Funkkontakt. Und ich dachte, wow, ich muss da einfach mit warten. So, und wie viel Arbeit tatsächlich dahinter gesteckt hat, das sprechen wir auch gleich mit dir, aber vorher gibt es die Veranstaltungstipps. Für Deutschland ist die WM vielleicht vorbei, für Panini-Bildsammler aber noch lange nicht. Am 13. Juli treffen sie sich im Jugendtreff Dagersheim zur großen Tauschbörse. Da findet dann sicher jeder noch die fehlenden Bildchen für den Endspurt der Weltmeisterschaft. In Leonberg bringt Martha Schwemmle die Perle unter den schwäbischen Putzfrauen wieder das komplette Bauernhausmuseum zum Lachen. Sie erzählt von ihrer Freundschaft mit Lisbeth aus England, warum Englisch und Schwäbisch eigentlich das Gleiche ist und überhaupt über sämtliche Abgründe des Lebens und das natürlich auf breitestem Schwäbisch. Und in Herrenberg feiert Viva Voce seinen 20. Geburtstag. Es lebe die Stimme heißen die fünf Sänger auf Deutsch übersetzt und gerade das leben sie auch. Für ihren Jubiläumsauftritt bei den Sommerfarben brauchen sie wie immer keine Band und kein Orchester, sondern machen alles selbst, nur mit ihren Stimmen eben. Mehr Infos gibt's auf der Homepage der VHS. Und hier im Schickert-Gymnasium hier in Herrenberg, da war ganzer Tag Programm. Das hat natürlich wann begonnen und vor allen Dingen wie viele Schüler und Schülerinnen hast du denn begeistern können, sowohl vom Funken als auch von der Raumfahrt? Also wir waren zwölf Schülerinnen und Schüler in der AG und davon konnten zehn eine Frage stellen, zehn Slots gab es für Fragen und der Rest war noch mit Technik beschäftigt. Aber das hat ja nicht erst gestern oder vorgestern angefangen. Wann hat es bei euch begonnen, wann habt ihr loslegen müssen, damit das Ganze auch heute so funktioniert? Also wir hatten jetzt ein Jahr Vorlauf, die AG ist jetzt ein Jahr alt und haben uns jede Woche getroffen und anschließend immer mehr und mehr und mehr. In den letzten zwei, drei Wochen war es wirklich tagtäglich, dass wir uns getroffen haben, geübt haben für den Funkkontakt, den Tag vorbereitet haben bis spät in die Nacht und es war alles freiwillig und die Jungs und Mädels waren super mit dabei. Kurze Nächte, viel Leidenschaft und Toilette. Was ist die Schwierigkeit von Herrenberg aus, die ISS zu erreichen? Du musst gucken, wo fliegt die ISS genau drüber. Du musst die Antennen genau einstellen, dass die nachgefahren werden mit der ISS und dann hast du ein zehn Minuten Zeitfenster, wo alles passen muss. Die Frequenzen müssen genau passen, müssen nachreguliert werden, weil die ISS wegfliegt von uns oder zufliegt auf uns. Und mit der ganzen Kombination, da dort deine kleinen Detailschrauben, wo du einstellen musst, um die Genauigkeit zu haben, dass es funktioniert. Es durften ja zehn Fragen gestellt werden. Insgesamt waren es 20. Es war noch ein anderes Gymnasium. In Leverkusen war er ja dabei. Wer hat denn die Fragen ausgewählt? Also wir haben uns einmal zusammengesetzt an einem Donnerstagnachmittag, haben gebrainstormt, was für Ideen, was für Fragen können wir stehen, was für Ideen haben wir für Fragen. Dann haben wir die schon ausformuliert, haben uns überlegt, okay, die macht mehr Sinn, die macht weniger Sinn. Dann haben wir uns einfach halt zugetragen, ja, da haben wir einfach abgestimmt, welche Frage nehmen wir und welche nicht. Hast du denn die Frage stellen dürfen, die du auch gerne gestellt hättest? Ja, das war's. Ihr wart die Ersten, die als Schule mit dem Alexander Gerst auf der ISS gesprochen haben. Und da sage ich mal, herzlichen Glückwunsch da dafür. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und wenn dann alles gut geht, melke ich da eine Ziege. Wir in BB wurde Ihnen präsentiert von Sene, Ihr Familienbäcker.